Erin, du hast zwei Mal verloren. Was werden wir gegen Japan verbessern? Wir werden unsere Defensive verbessern. Unsere zwei Spiele gegen Denmark und Sweden waren zwei sehr unterschiedliche Spiele. Aber gegen Team Japan werden wir hoffentlich versuchen, die Gäste zu halten. Und wir werden als Team verbessern. Sind Sie mit Ihrer persönlichen Leistung? Ja und nein. Alles kann sich verbessern. Und haben Sie schon etwas von St. Gallen gesehen? Wir haben nur ein bisschen über die Stadt gezogen, aber nicht viel. Es sind meistens nur Auditoriums.